recht herzlich willkommen zu und mit ihm ist das spiel leider gerade oder wenn sich wieder sieht nicht so gut aus doch das ist doch wieder gefangen aber wir müssen erst mal erwischen da ist du an so dann nur mal schauen das verkaufen damit das produzieren hier sowieso wenig der wahrscheinlich gar nichts heißen wir können nicht verkaufen komplett annehmen mal nix hier sind weg 48 80 weg immer wunderbaren frosch im hals 24 24 ja mit dem kommende nix gut dann würde ich sagen konstantinopel da gibt es waren günstig zu kaufen meine ich klinge bestimmt mit ja und dann hier 110 kurs einkaufen um den 117 mal bezahlt 306 220 ja der wein ist ganz günstig zwei einen mehr drei gehen noch einer geht noch gut wie einer geht noch die noch zwei und wenn es ein verkaufen so was möchte man denn noch haben das ist wohl einer würde gehen aber ich aber ich nehme ja mal die Citrusfeuchte für 60. 80. Den haben wir nicht für 80, ist ja auch ganz lukrativ. Ich kaufe die noch für 110 die Pille ab. So, dann ist der Wagen voll. Dann gehen wir nach dem Ursa. Auch mal gerade, wie da die tollen Geräusche gehört. 120, das ist unzündlich, ne? Achso, wir haben Wagen voll. Wir müssen erstmal was loswerden, ne? Das passiert genauso viel wie da. Und also nix. Hier war jetzt was. Aber nicht wirklich was, ne? Da geht's. Ja, können wir das aber auch nichts nennenswertes. Die drei machen wir weg. Und, was kostet das? 630. Schmuck. 12, okay. Das lohnt sich nicht. Das kann man sogar noch mitnehmen. Okay. Das haben wir gerade verkauft, oder? Ne, das haben wir nicht verkauft. Also jetzt ist es ein nice. Das haben wir gerade gemacht. Das ist nicht lohnenswert. Dann sind wir hier schon durch in Wursa. Nach Witzmeer. 228 ist schon ein paar Mark, jetzt endlich mal mehr. Können wir die gut verkaufen. Und das lohnt nicht, ne? Kommen wir, schieben die Mauer aus alle. Ah, ich weiß nicht. Ne, lassen wir. 134. Das lohnt, das machen wir weg. Dieses ist noch wälliger, wie wir es schon gekauft haben. 118, da werden wir noch was los. Dann ist alles, das ist gut. Da können wir gleich kaufen. Wie weit geht die Kohle hier weg? Fast komplett. 37, 37, 37, 55, 50. So, hier wollte ich mal kaufen. 160. Steine, Zitronen. Wir haben ja irgendwann mit Zitronen gehandelt. So, der Wagen ist voll und ich glaube, wir können ja auch nichts loswerden. Das bedeutet, hier war es das. Eine Runde weiter. 267 sind wir hier oben. Wir haben noch alles auf dem Wagen, ne? 145, das lohnt nicht. Da geht's auch gleich runter. Dann lassen wir das auch sein. Hier haben wir noch was mit 91. Ist aber auch nicht interessant. Und die Kohle, ah, die geht ein bisschen weg. Gut. Kaufen. Könnte man hier für 80 den Honig. Da kaufen geht nicht mehr, weil er wagenvoll ist. Okay. Dann geht die Reise weiter. Konstantinopel. Dann sind wir da. Ja, das ist es nicht. Das ist es auch nicht. Das hätten wir noch günstiger. Und hier. Ja, das. Nicht interessant eigentlich. Dann geht die Reise gleich weiter. Diese Koloniki. Und auf geht die Reise dahin. 269, 270. Haben wir floriert gerade wohl. Südfrüchte können wir hier gut loswerden. Sogar alle. Honig. Auch. Hier haben wir nicht so gute Karten. Lassen wir das. Und hier unten gibt's Fleisch für 360. Vier Stück nehmen wir aber mit. Ah, das hatten wir gerade. Wollen wir nicht. Ah, hier ist noch was. 134. Ist ein Top-Angebot. 90. Sonst haben wir nichts auf dem Wagen zum Verkaufen. Hier oben können wir Holz. Aber ich glaube, der Fisch ist das Angebot hier schlechthin, ne? 56, 55, 55. Geht das Salz auch noch was? Ja. Salz 80. Äh. Fleisch haben wir schon. Fisch haben wir. Und sonst ist es nur was Holz, ne? Für 38. Ich glaube 37 wäre aber billiger. Ne. Dann lassen wir das. Einmal bitte nach Arla. Nach Arla gucken. 300 haben wir. Fleisch. Können alle vier verkaufen. Fender. Oh, die wandern gleich runter. Dann lassen wir das. Salz. Wandert auch runter. Lassen wir. 55, 75. Der Fisch ist auch nicht interessant. Und dann haben wir hier noch Metalle. Die sind ein bisschen interessant, ne? Gut. Ja, guck. Das Holz ist hier noch mit 37, ne? So, Honig könnte man hier kaufen. 80. Machen wir. Und wie ist es mit der Kohle? Geht da was? Ja. 70. Wolle. Oder Farben. 18 nehmen wir auch mit. Und den Rest investieren wir gerade in das Holz. Dann hier runter nach Athen. Bei 300 liegen wir jetzt hier. 300.000. Dann hier rein. Also wir haben Wagen voll. Wir müssen erstmal loswerden. Das garantiert sich nicht. Das eigentlich auch nicht. Das garantiert sich komplett. Fisch. Geht sofort hoch, ne? Komm, verkaufen wir den drei Fische. Da können wir noch was zukaufen. Sogar billiger. Hier geht was. Und hier geht auch was. Alles. Hier geht ein bisschen, aber... Hau mal nix. Lass mal so. So, verkauft haben wir. Jetzt kaufen wir. Da kommen wir hier die Wolle mal ein, oder? 50 Stück. Das ist teuer. Das Bier. Von hier. 140. 140. Fragen ist voll. Gut. 311.000 steht da oben. Müsste was. Gehen wir hin. Ja, wir müssen mal ordentlich Geld hier zusammenkriegen, ne? 234.000 geht nicht weg für den Preis. Aber 10er. Das lohnt nicht, das lohnt nicht. Fisch lohnt nicht. Die vier Fälle kriegen wir hier los, ja? Alles lohnt auch nicht. Hier geht was. Und das Holz geht hier auch. Würde ich immer noch Gewinn machen, ne? Ich würde den Stauraum gerne nutzen. Um... Ja, den Honig zu kaufen, wenn er geht. 22.000. Hier geht auch noch vielleicht was. Das ist auch gut. Ne. Ich glaube, das war's dann erstmal. Wir brauchen mal Soldaten, ne? Damit wir da hinkommen. Mitvergnügen. Und wir sind da unten, ne? Dann halten wir hier erst an. Wir waren in den Mischstraß. Gucken wir nochmal in Athen vorbei. Wie viel Fleisch geht. Haben wir letztes Mal nicht mitgenommen. Da ist der Wagen voll, ne? Okay. Weiß das billig oder teuer? Weiß ich nicht. Wir werden's sehen. Äh... Ne. Das geht fast nicht. Hier, da geht was. Raus damit. Unser Preis. Jetzt gesagt, wir nehmen das nochmal mit. Aber das ist schon ein teurer Preis wahrscheinlich, ne? Wollen wir das mehr oder nicht? Weil... Ich lass es. So. Wollen wir sehen, was geht hier. Wagen voll, ne? Das geht nicht. Geht nicht, okay. Einmal nach Ala. Und wir müssen glaube ich Soldaten haben. Die können wir mal warten. Ne, da nicht. Das war falsch. Er richtet ein größeres Gotteshaus, damit unsere Stadt... Ne, ich will kein Gotteshaus. Wir wollen ein paar Soldaten. Das war's. Ausbilden, ja. Bogenschützen. Ausbilden. Schwer brauchen wir jetzt nicht. Pferdeburgner können wir auch ein Bein machen. Und... Die lassen wir mal so. Die drei Einheiten sollen erst reichen. So, dann kommen wir hier wieder rein. 234. Das ist nicht lohnenswert. Salz geht. Auch nicht viel. Gar nichts lassen. Hier geht was zu kaufen. 4. Das muss ich nicht so im Auge behalten, ne? Mach das weg, den Fisch. Und wir nehmen noch Honig mit. Gut, machen wir so. Tuch können wir nur verkaufen, aber er lohnt nicht so wirklich. Für 48 können wir einkaufen, da ist der Wagen voll. Okay, dann geht die Reise weiter. Jetzt haben wir 282. Läuft gerade nicht so dolle. Und wir haben die Soldaten zu unterhalten, ne? Hier geht was. Fast. Fälle gehen auf. Machen wir mal so. Salz. Geht auf jeden Fall. Da geht auch was. Für 80 gekauft. Machen wir ein bisschen weg. Geht hoch. 200 geht. Ja, kommen wir weg. Den einen machen wir auch weg. Und jetzt kommen hier ein. Für 73. Das. Ne, wir waren voll. 315.000 sind wir jetzt. Ja. Nehmen wir mal hoch. Schauen wir da gerade noch rein. So, Einheiten sind noch nicht fertig. Da waren wir noch. So, Brot gibt es hier tatsächlich. Können wir nicht glauben, weil der Wagen voll ist. Da können wir was loswerden. Das ist nix. Hier geht was. Und da geht auch was. Alles weg. Hier ist 180. Können wir noch zukaufen. Hier ist 93. Lass mal 46 für 80 verkaufen. So, wie viel geht da zugekauft? 12. Das Brot ist wahrscheinlich schon teuer. Das lassen wir doch mal da. Hier 120. Wird noch ein bisschen gehen. Machen wir mal. Fisch für 60. Nehmen wir auch noch mit. Das war's dann erst. Gut, dann geht die Reise dahin. Aber da machen wir in der nächsten Folge weiter. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch mit dabei seid. Bis dann. Tschüss. Wasbt. Auch. Tschüss. Vielen Dank.